Die Herzogin von Sussex, Megan Markle, befindet sich in einer demütigenden und peinlichen Situation, nachdem sie vom American Black Film Festival ABFF Honors ausgeschlossen wurde, wie der Schauspieler und Regisseur Jeffrey Wright bekannt gab. Bei der Veranstaltung, die am 3. März 2024 im SLS Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, stattfand, wurden künstlerische Leistungen gewürdigt. Wright selbst erhielt die Auszeichnung für seine herausragenden Beiträge zu Film und Fernsehen, darunter Rollen in Projekten wie Westworld und American Rust. Megan hatte gehofft, in Begleitung ihres Mannes Prinz Harry uneingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen, um sich unter Stars und Filmemacher zu mischen und ihre Netflix- und Spotify-Projekte zu Themen wie psychische Gesundheit, Frauenförderung und soziale Gerechtigkeit zu bewerben. Wright war jedoch nicht von Meghans Anwesenheit beeindruckt und forderte sie Berichten zufolge auf, zu gehen. Er drückte seine Verachtung für ihre und Harrys Entscheidung aus, die königlichen Pflichten aufzugeben und in die Vereinigten Staaten zu ziehen. Wright, ein überzeugter Verfechter amerikanischer Werte, zeigte sich verärgert über Meghans Kritik an den USA und ihre Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen 2020, bei denen sie und Harry Offenjoe Biden unterstützten. Er ist der Meinung, dass Megan kein Recht hat, sich in die US-Politik einzumischen und dass sie dem Land, das ihr Ruhm und Reichtum beschert hat, Respekt entgegenbringen sollte. Augenzeugen beschrieben, wie Wright Megan auf der Veranstaltung zur Rede stellte und ihr unverblümt mitteilte, sie sei nicht willkommen und solle aufhören, ihn und anderer Anwesende zu belästigen. Die Begegnung, die mit der Kamera aufgezeichnet wurde, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste eine Welle der Kontroverse und der negativen Einstellung gegenüber Megan aus. Während viele Wright für seine Ehrlichkeit und seine Prinzipien applaudierten, wurde Megan für ihre Verzweiflung und ihren Anspruch verspottet. Dieser Vorfall schadete nicht nur Meghans Ruf, sondern verärgerte auch einige Unterstützer, die sich durch ihre Unfähigkeit, Ablehnung und Kritik mit Anstand zu akzeptieren, frustriert fühlten. Meghans Ehrgeiz, ihre Ideen voranzutreiben und Kontakte in der Unterhaltungsindustrie zu knüpfen, wurde von der Auseinandersetzung überschattet, die die Herausforderungen verdeutlichte, denen sie sich in ihrem Leben nach der königlichen Zeit inmitten der Öffentlichkeit und der Kritik stellen musste.